Das Google Pixel besitzt eine Kamera, die Aufnahmen in 4K machen kann. Und aus diesem Grund habe ich mir gedacht, ich mache einfach mal ein paar Testvideos. Einmal von mir selbst, dann seht ihr noch eine Aufnahme im Gehen und noch eine Aufnahme aus dem Auto raus, wo ich aufgenommen habe. Und die schneide ich euch jetzt alle hinten dran. Also das komplette Material wurde in 4K aufgenommen. Viel Spaß dabei! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!